ihr lieben zurück zu ein video von minecraft die vier kaoten zwei kaoten genau genau jetzt die zwei code so und ich folge machen jetzt einen kleinen ausflug aber vorher würde ich sagen machen wir noch was schönes oder ja auch in zwei weizen hast du zwei weizen 1 da gibt es sogar habe ich zwei und dann ab zu scharfen ach so liebe machen genau wo wir machen dürfen nie wir brauchen jetzt auch genau da ist ein baby ja mein baby ja ein baby 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 wie auch schmeißen das aus bb machen wir müssen das kann man mal für den noch namen bekommen was wollte ich gerade machen irgendwas wollte ich gerade machen nichts vergessen egal dann setzen naja meine rüstung würde ich auch gelassen das schmeißt das freut sich das klebe scharf das freut sich wenn man den weizen jetzt haben wir ja das ist dadurch wechselt auch schneller wir haben jetzt ein graues schaf wir haben schwarz ich weiß ich ja das sind die gar nicht so weit entfernt nein nein gar nicht sind halt quasi nachbarn guck dir das an was sie da gebaut haben ja das meine ich halt uns schon jahren fach von hinaus noch mal schon viel weiter gezockt als wir wir müssen jetzt gucken dass wir es irgendwie so ein bisschen auffohlen so ich würde sagen wir sind ein brecher wir gehen eindeutig durch die scheiben obwohl hier direkt eine tür ist weißt du ja aber sie machen das ein brecher die bohr ja daneben guck mal hier haben wir mal ein paar kartoffeln vor uns das ist sehr nett also ich habe kartoffeln vor uns wir haben hund wir haben hund denn riesig ausgehöhlte höhle hier unten wir haben hunde ist der hund die haben hier eine riesige höhle die haben zu wollen hund aufpassen du hast keine schild im nächsten mit also keine rüstung raus da ach ja welchen behauptet ihr hund hier ist er doch mal in ihrem moment in dem mobil was war der war der war der war der war der war den moment ich brauche ich brauche heute ich brauche holz ich nehme die nicht ja guck mal die kiste guck mal die kiste nein nein guck dir mal das hier an bitte was da drauf ist nicht wo es doch hingeht jetzt habe ich die ich bin dran hier oben sind auch mehr hunde und noch mehr truhen ich habe die rüstung ich will die branchen machen ist eine ender truhe noch mehr tun allein schon diese millionen von pfeile drin hallo hier oben sind noch mehr sachen drin allein schon ja hier oben ist ein schwert das hat einfach alles einfach alles möchte die rüstung daran machen wie geht denn das die hand näher also und einzeln die leiste reinpacken dran klicken ja ist einfach richtig weil ich will es ja nicht mitnehmen weil ja solche was noch was sagen ich habe ja mit ihnen geredet gehabt ja und sie hatten erst überlegt hat unsere schafe zu töten aber kann auch keiner sagen was die hier gemacht haben dass das lit ist ohne witz das kann mir auch keiner sagen dass die das einfach in der zeit gemacht haben wo sie es da gesagt haben also die haben wahrscheinlich ja ganz gut da kommen wir hier noch unten es gibt hier noch ein unten darf ich das schon mit schien und loren und 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 das ist aber nicht so kurz gespielt das schaffen wir nie schaffen wir nie wollen was sie vielleicht schafft es hier nicht hoch ja doch schafft sie aber schaffst du kleine lore wo weißt du wie ich meine so das ist halt nicht innerhalb von das ist ja schon ein stückchen neto ist hier er ist ein hat zwei ganz andere dimensionen mit klar bin dein rechten so fast sag ich mal so ist schon ja also das schaffen wir niemals nie 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 vor allem einfach hier stackweise fäden stackweise federn und so das heißt sie haben ja auch dementsprechend viel geschlachtet das musst du einfach überlegen alles und sonst kriegen die ja nirgendwo her wir müssen ja quasi erstmals ein und zwei hühner können quasi hühner vermehren aber irgendwo hat es ja auch ein limit und hier ist einfach ein portal also wir könnten theoretisch einfach das neto reingehen ja schon alles schaffen wir niemals es geht halt noch höher weißt du hast ja bis jetzt nur die hälfte gesehen hier oben sind pferde mit rüstung schon und da ist noch ein schaf und noch ein huhn und eine kuh und hier geht es dann hoch richtung bohr keine ahnung hier wird also riesige burg gebaut gerade oder was auch immer das schaffen wir nie werden wir nie ankreuzen können vor allem gerade bischen aber das werden wir nie schaffen da werden die amten können auf jeden fall nie nie niemals hier ist doch machen wir aber noch ein bisschen mit da ist das überhaupt noch ein bisschen das haben hier wir haben wir hier hier oder wir die haben ja eine schöne mine gefunden okay aber alles ausgeformt was jemand man geht alles ausgeformt komm ja nie bitte oh und hier noch soßen Was ist das? was praktisch ist, wir könnten ja theoretisch zum verzaubern einfach herkommen mache erstmal ein bisschen kohle geile höhle was wie wir haben wir und was versuchte da wird das schöne zu hallo Dammisch Duh Hop 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 du musst doch sterben so viele zombies darf ich nicht die rennen machen daher zu hause ist auch so viel zeug sich lassen es ist doch nicht erstellt ich habe mir schon herstellen ausnehmen will ich auch nicht weil du alles hergestellt hast es ist ja nicht alles meins nein jetzt kommt noch ich dachte doch wir von unten laufen teilweise hier welche hoch die sind draußen draußen es ist eh wird eh hell wir haben sie alle aber wie sagt hier ist doch immer noch deine brustplatte drinne dein helm ist da drinne das kannst du ja gerne nehmen und eisen ist ja auch noch drinne mach dir ja was ist ja nicht so als wenn wir nichts mehr hätten das unteres meins in deiner truhe war dein zeug drinnen ja ich habe das ganze eisen verloren sehr gut mal mal Du brauchst ne neue Hose und du brauchst Schuhe, glaub ich fand das, oder? Was heißt, du brauchst ne neue Hose, neue Schuhe? Wie ist es im Moment erwartet? Er heißt, du brauchst ne neue Hosegier. Was ist er? No, das ist unser System! sonst lass mich das machen wenn du es nicht hinbekommst oder was brauchst du gerade rede mit mir ich helfe dir ja auch ich brauche eine hose und stiefel du hast eine hose und stiefel so du machst jetzt erstmal die stiefel pass auf du nimmst die beiden unteren rein also links und rechts zwei hoch schuhe so und eine hose machst du quasi die obere reihe machst du komplett also durch und dann an den seiten runter links und rechts eine hose im prinzip kannst du es ja so ein bisschen bildlich vorstellen bin ich so wie sieht ungefähr eine hose aus und sie haben es ja ungefähr so auch so ähnlich ja gemacht so nach so zumindest eine rüstung an die behalten jetzt auch erst mal eisen anruf als haben uns neues eisen ist ja nicht dramatisch eisen kriegen wir immer wieder so und wir machen jetzt mal gleich ein witziges spielchen ich verstehe mich und du suchst mich ich sag dir aber meine koordinaten geht einfach darum dass du dich mit dem koordinatensystem auch noch ein bisschen auseinander setzt das machen wir dann ist ein video ja du lernst nämlich jetzt ein bisschen die minecraft basics das ist halt das grund das warum es auch geht eigentlich gehen oben am ofen zwei stück im boot eingelassen das ist unser fußboden ach so ich hab das ist Es geht nicht weiter. Es geht nicht weiter. Ja, das Essen mangelt uns gerade. Das kriegen wir auch gelöst. Warte, 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 warte. Liebe gemacht. Ja, doch. Genau. Liebe machen. Komm, mach Liebe. So, ich mach mal rohes Hammelfleisch rein. Drei Stück. Die brennen. Ich mach einfach noch mal ein paar extra 11. Mehr Liebe. Komm, mach Liebe. Das dauert. Liebe. Das dauert, hallo. Ich weiß. Ich glaub, ich glaub acht Minuten oder sowas dauert, das bist du wieder theoretisch das nächste mal fahren kannst. So, das weiche Schaf bauten die. Paula will dich nicht killen. So. Und du hast keinen Namen hier. Ja. Wie das tötet unsere Schafen hin? Nein, lass das. Nein, hier ist ein Schaf, was ohne Namen ist. Oh. Oh. Er ist ein Mörder. Er ist ein Mörder. Was hat die Norm? Ja, wir haben auch keine Namensschilder. So ab hier auch Fleisch rein. Mörder. Ja. Aber da ist doch ein Beep hier. Ich hab doch schon so ein Beep. Ja, du hätt. Wie gesagt, unten der einen Ofen ist schon drei Hammerfleisch fertig. Eine. Und da raus. So. Das gute Schwert passt jetzt mal zur Seite. Das Eisen können wir jetzt mal zusammen stacken. Zack, zack, zack. Wie wärs mit Angeln? Achso. Achso. Ja, nicht. Angeln wir eigentlich ganz gut. Da haben wir auch mal wieder ein bisschen was zu essen. Aber wir machen erst mal das Video zu Ende. So ihr Lieben. Ja. Ich hab leider ein Schaf gekillt. hat auch keinen namen dafür habe ich ein baby schaft für so ein neues grau ich glaube ist ja wir sehen uns dann in der nächsten folge wieder und tschüss macht es gut ihr lieben